Prost, YouTuber! Prost! Und jetzt das nächste Bier. Ein Ich Nuso. Sardinia. So. Prost, YouTuber! Und hier mein Flaschenöffer. So, hier Temperatur fast 160 Grad im Ofenrohr des Smokers. Und ich zeige euch, was da drinnen ist. Da brützelt ein Boulé. Und ich sehe gerade, es hat zu wenig Bier. Jetzt gibt es ein bisschen Bier von Sardinien rein. Prost, Boulé! So, und jetzt wird das nächste Bier geöffnet. Ein Burgdorfer Bier. Das schütte ich aber nicht über das Boulé. Das nimmt der Hause selber. Prost! Aber, das wird die Mench Desert. Und möchte ich auf sahen. Frau Alfred purg important! 3, 2, 3, 4 v.